RONALDO Ich durche auf, durche auf John Ich sie Ich kann die Ich sie John Da die Presse Ich sie Wärme Selbstgefahren! Erstaunlich! Erstaunlich! Cristiano, woher kommen Sie? Sie sind ja selbst gefahren. Ich bin selber gefahren. Ich bin selber gefahren. Ich bin selber gefahren. Aber heute bin ich selber gefahren. Cristiano Ronaldo hat jetzt einen Führerschein. Das habe ich bei Marco Reus gemacht. Und die Frisur sitzt. Wie haben Sie das geschafft? Das ist ganz viel Pflegeprodukt. Das ist Haargel, Haarspray, Haarlack, Haarwachs und Echthaarperücke. Und Unterperücke ist noch Perücke. Natürlich. Weil manchmal bei Kopfball, wenn sich eine Strähne verfärbt, Cristiano Ronaldo ist verletzt und kann nicht spielen. Autsch! Autsch! Cristiano! Oh, es fällt mir schwer ernst zu bleiben. Weißt du eigentlich, was Kiwi auf Portugiesisch heißt? Lo! Pampelmuge! Sühh assembled! Große Familie. Ja, der Muttertag war ja in Portugal schon letzten Sonntag. Ich habe mein fünftes Kind gerade bei Amazon bestellt. Kivu, wenn du möchtest, möchtest du die nächste Mutter werden? Als Pampelmuse? Gern! Ja, das gefällt mir. Ja, der auch. Uiuiuiui. Also, sie spielen Ronaldo, Christiano, normalerweise in Stadien mit 60, 70.000 Leuten. Hier heute nur 50.000, aber dennoch Stimmung Bombe, oder? Opa! El Mejor, Christiano Ronaldo. Arena, el mejor arena, el mejor publicazão, el mejor minds, el mejor Kiwi, mais, mais bonito, best, schönste moderaturação. Christiano Ronaldo, von du Mundo, Applaus de Kiwi! Applaus de Kiwi! Beste! Mega, du? Mein, mein, meins. 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 Meins bonito. Meins. Meins. atures en sangre mula. 2. 1. 2. 2. 3. Nicht so schwer. Davon macht Cristiano Ronaldo immer 1.500 Stück. 1.000 vorm Einschlafen. Und 500, wenn ich schon eingeschlafen bin. Sehr schön. Sie sind auch ein wahnsinnig schöner Mann. Aber ich persönlich finde unseren Bundestrainer Jogi Löw mindestens genauso schön. Nein, Jogi, nein. Burke, Jogi, nein. Sieht aus wie Prinz Eisenherz. Cristiano Ronaldo ist zukünftiger Champions-League-Sieger. Und zukünftiger Campeão do Mundo. Man kann auch sagen Weltmeister in Spree. Aber Jogi. Kannst du vergessen. Wirklich? Braucht man nicht. Doch. Ich mag ihn gern. Klein wenig. Pass auf. Und jetzt noch Champions-League-Finale. Was ist das für eine Kette? Ist von Modern Talking? Ja. Sim. Ich glaube, Sim heißt ja, oder? Weißt du nicht? Sim. Now? Nein. Sim. Ja. Obrigada. Danke. Du bist da. Burke. Warum? Burke. Warum? Ich bin Obrigada. Bom dia heißt guten Tag. Bom dia. Bom dia. Und was heißt tschüss? Salute. Tschüss heißt auf Wiedersehen. Ich hab noch eins. Ja. Eins hab ich noch. Eins hab ich noch. Eins hab ich noch. Adoro você. Adoro você. Adoro você. Mein. Willst du mit mir gehen? Nein. Es heißt so ein bisschen was für ihn. I like you. Kinder 5. You like me. Kinder 5. Champions-League-Finale gegen Kloppo. Ah. 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 Kloppo. Ah Jürgen. Ah, Kishano Honalu gegen Kloppo kommt im Portugäisch Trikot. Burke. Liverpool ist so schlecht. Aber du spielst ja Real Madrid. Ja, aber du sitzt ja auf der Bank. Wir schicken die B-Truppe. Ah. Kloppo, Liverpool ist gar nichts. Nein? Gar nichts. Doch. Bestes Spieler von uns. Bestes Deutsche. Mejor Jugador de Alemano. Ist Toni Kroosch. Ja. Aber Toni Kroosch ist gar nicht so groß. Der ist ja klein. Ja, aber großes Finale. Wie tippen wir? Applaus für Kishano Honalu. Sie. Ich glaube, es wird ganz knapp. Ich tippe unentschieden. Wohin geht's jetzt? Madeira. Gut. Warum? Mit Ferrari nach Madeira. Muttertag. Ja, natürlich. Muttertag. Muttertag auf Madeira mit Ferrari. Ski. Christiano Ronaldo. Dankeschön. Obrigado. Buongia. Segunda, 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 Segunda. Okay, alles klar. Danke. Da sind die Bodyguards. Ein großen Applaus. Dankeschön, Cristiano. Patrik. csvot. Kim. Satz. Ski. Tag. Im Krass. Im Krass. Im Krass. Im Krass. Im Krass. Im Krass. Im Krass.